Ich stand mir gerade voll im Weg. Ich renne dir nicht im Weg. Du rennst mir nämlich im Weg rum. Ach ja. Den wir jetzt auch noch verfolgen, ne? Hm. Wenn ich richtig drauf stehe. Kannst du auch von ihm weiter machen. Ne, nicht mit der Waffe. Ach so. Weil er kommt nicht mehr. Ich räume unten noch ein bisschen auf. Ja, räume unten noch ein bisschen auf. Besonders wenn der Typ nähe kommt. Da müssen wir zu zweit auf den losgehen. Alles wird gut, Rauna. Aber das ist scheiße alleine gegen den. Ich hab mir nur nicht... Ich hab's nicht nach dem Schaden gehört. Kann ich wo der Typ jetzt ist? Bei dir dann noch da hinten. Autsch. Du bist tot? Der bleibt da hier. Du bist so ein blöder Jahr, ne? Ich bin noch nicht weitergegangen. Aua. Aua. Aber ich muss bei ihm Waffen wechseln. Ja, für beide ist keine Munition mehr. Geil. Nein, aber was denn wechseln? Bei... Weil ich nämlich... Für die anderen Sachen keine Munition hatte. Kannst du das grad? Flash, liegt hier. Ja, warte. Ich hab grad Modus an. Ich danke dir. Hast du ihn erledigt? Nein. Oder? Nicht ganz. Wo ist der? Wir müssen auf jeden Fall den nämlich als erstes erledigen. Ja, genau. Jetzt kommt noch wieder Bad S, Alter. Ja, ist klar. Ist klar. Nein. Wo ist das Dreck? Keine Ahnung. Wo ist das Dreck? Hört ihr für die Timo sich... Oh. Oh. Arsch. Hä? Schlag ihn doch einfach. Hahaha. Oh. Weil die anderen Pichern helfen mir auch ganz schön. Ich weiß. Nein. Warum mit denen ich neue Munition? Oh ja. Ich muss grad meine Waffen wechseln, kommst du auch noch mal rein? Ist das noch klar? Autsch. Da kommt der aus der Tür rausgeschossen. Ich glaub's nicht. Ist mit dir falsch. Alles. Ja, hör auf. Du werf mich nicht ab, du Pisser da unten. Boah, ich diese Psychos, ne? Ja. Boah, ich diese Psychos, ne? In einen großen Sack. Boah, ey. Ah. Das ist die Psychos. Alter, wie kann ich... Hä? Ich muss auch... Ernsthaft? Hier sind noch mehr. Hm. Sieben und Freund. Alter. Ach ja. So. Können wir uns noch eins zu hören, dann wieder, ne? Ja, ja. Ich hab hier grad schon mal... ein paar Viecher getötet. Lass uns das mal höher geben, bevor wir die... Oh. Alter Schwede. War das nicht so, dass da ein dauernd welche kommen? Ich weiß es nicht, aber der Badass ist auch noch da. War hier Badass. Der superfette. Okay. Komm erst mal hoch. Ach, du bist schon reingegangen. Ja, wieso nicht? Ich nehm die. Ah, jetzt gibt's dem Angebot ne gute. Ernsthaft. Ja. Die kann weg. Die kann weg. Die kann weg. Ja. Was ist das? Keine Ahnung. Vielleicht. Die kann auch weg. Ja. Ja, weg. Jawohl. Ja, wieder. Haben Charakter angepasst. heute schlechten dinge hier gar nicht zu tüte 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 geld genau zwei stück du kennst wieder draußen klar kennst du doch von mir selection hier mach das mal weg 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 ist denn der fette eigentlich da ist da ja mach du mal wie gesagt ich denke hier noch im shop rum was denn im shop noch kaufen kaufen so eben verkaufen munition war diese kreis vor allem versuchen die mit beschießen und die kriegen wegwärts ja weil die so eine fette waffe haben hallo sie nicht einfrieren und so dass ich sterbe ich habe gerade hat ne kann ich auch nicht von der unten kannst du nix töten so fett er ist der kick mir auf den sack ouch er ist tot klo 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 interessant interessant zwei schruttflinten alles haben komm lass wieder weg ich bin weg ok tschau ich will nicht mehr ne nachher so dies sind die hier ok nenne ich schon gut so wenn man nun mal jetzt noch hier ein ziel irgendwie sehen ich muss doch mal lösen bankverkauf grammatenschaden schusswaffen schaden schuss waffen schaden oh ich kann nicht 2 ist klar ausgerechnet eine feinde lady spielt man nicht ab jetzt hat ja so um den dreh das wird auch noch einige stunden gehen weil es ja auch nur sucht 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 ist die brauche ich nicht willst du eine schrotflinte haben verbraucht zwei munition oder eine schrotflinte die nachladen wie eine granate ist wie haben die denn mit angriff und so hä mit angriff und so ach miserabel ok also was für montana angeht und scharfschutzgewehr bei mir ist eine granate wollte wir ein scharfschutzgewehr haben und ein mg damit kannst du super spielen guck mal was da kommt bad ass motherfucker ich habe nicht mehr lange hier das merke ich schon was los mit dir hier faust ja wie weit bist du mit level 6 maximale gesundheit habe ich bei mir erhöht fast fertig schon wieder token eingelöst habe ich auch eben warte mal ich habe insgesamt mit 37 bett ist und hier noch ein gegner ja stimmt ja klar war nicht zwei erfahrungsbunde krieg nur für den vier von dem fiff mir immer noch zu viel gemacht katz oh was das doch immer war oh da war es noch irgendwo was ganz lauf da oben ach hier fick dich ich habe eine überraschung für euch ich habe eine überraschung für euch da sind diese bad ass die kleine misstviecher hier nimm die elektroschock bittsche was los mit dir was los was los mit dir komm wir kämpfen faust gegen faust bist du für boi immer noch ein klein bisschen jetzt ja das nervig jetzt kurz vorm level dann stockt das mal so halb hatte ich vorher auch oh oh in der luft sind schon wieder schwebende Eier Mistviecher ja ja soll ich mal wieder eine runde schießen da oben mach doch puh mach ich nicht bisschen erfahrung hallo was los mit euch ich habe immer noch was angelockt ne hast du gesehen oder hallo oh ich habe hier was angelockt ah die bringen mich viel oh ey mein shit ist ein maus dankeschön das ist ein maus three sie in nicht ich die die die